Das würde sich dann damit decken, dass ich ja immer denke, Cherry ist in dem Bereich eher zu finden und mit der ist ja sehr innig. Wobei die jetzt so wie sie sich vergeben, grundverschieden sind. Cherry ist eher so eine ganz ruhige und die ist ja eher ein bisschen peppig. Zwichtle. Aber das finde ich das Schöne an diesen Hunden, selbst wenn sie sich jetzt nicht so melancholisch grün sind, ist auch sonst kein Drama. Ja, im Vergleich zu eben schon, oder? Wir lassen die aber nachher nochmal zusammen raus. Wie gesagt, es wird jetzt spannend, die Geschichte mit dem Kuchen. Da sind noch alle drin, da kann man auch mal einen Aro noch raus, aber der Aro guckt halt, weil es ein Mädchen ist. Dann spielen da wieder andere Sachen eine Rolle. Ich find's doch sind ja, happy. Das ist ja auch. Weißt du jetzt einfach. Geht's doch. Ja wie du? Das ist ja auch schon dann. Wirken auch ganz einfach... Wirken dir jetzt ein bisschen muss. Wirken keine Lübz 16! Ich habe die Flübz 16! Ja! Ich denke, wirken, wir werden das jetzt noch mal. Untertitelung des ZDF, 2020